Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Noppensteinstube und zwar zum zweiten Teil von Borg Blaustein. Ja, wer den ersten Teil noch nicht gesehen hat, den verlinke ich euch hier oben. Es geht natürlich wieder um Blue Bricks Borg Blaustein. Da baue ich jetzt gerade das nächste Felsenelement und wie ihr sehen könnt, es ist wieder so eine krasse Verschwendung von Steinen. Hier könnt ihr sehen, es ist wirklich massiv gebaut. Das ist der absolute Hammer, was man hier an Steine weghaut und vor allem was für schöne Farben man hier weghaut. Das ist wirklich echt krass. Also diese Felsenelemente sind wirklich massiv, da geht nichts ab. Die Dinger kann man auf den Tisch knallen lassen, da geht auch nichts kaputt. Das ist wirklich sehr gut konstruiert. Also die einzigen Lücken, die man hat, ist hier unter so einem komischen Curved Slope-Teil, Bogenteil da. Das ist die einzigen Lufteinschlüsse, die man hier so manchmal hat. Ansonsten ist das Ding richtig massiv. Das ist auf jeden Fall ziemlich cool. So langsam lichtet sich auch der Tisch. Es wird ein bisschen weniger, auch wenn es noch sehr viel aussieht. Aber ich habe schon einen großen Teil weg. Ich baue dann weiter und wir ziehen jetzt auch das Teil in diesem Video durch. Ich bin gespannt, wie die Burg am Ende aussieht. So, das nächste Fels-Element ist fertig. Das hat man jetzt hier an die Seite gebaut. Das ist auch richtig groß. Da könnt ihr es sehen. Ein bisschen Bepflanzung dran, die ich definitiv abändern werde. Wie gesagt, die ganzen Teile hier werde ich eh wahrscheinlich nicht nutzen. Diese Fels-Elemente kann man immer gut abnehmen. Sind hier oben jetzt mit so ein paar Dark Green Plates verbunden worden zur Hauptbase. Man kann es immer noch leicht abnehmen. Ich finde, es ist echt schön, aber ich mag das Design der Felsen irgendwie nicht so gerne. Also meine Felsen unten sind ja anders gebaut. Ich baue ja mit Slopes irgendwie, ja ich sag mal, in die Richtung hier. Und das gefällt mir persönlich besser. Also ich weiß nicht warum. Das sieht auch schick aus. Für mich hat das aber eher sowas, weiß nicht, das sieht aus wie so ein Berg in Fluch der Karibik. So ein bisschen, so ein Piratenberg. Es ist schick, aber für meine Zwecke irgendwie nicht der richtige Berg. Also das Teil, alles in allem, sieht mega aus. Muss man echt sagen, es gefällt mir jetzt schon total gut. Und ja, ich werde definitiv aber die Bergteile anders verwenden. Und dann habe ich auch so viele schöne Steine über. Das ist schon mal echt genial, was da alles an Steine verbaut ist. Das werde ich dann alles schön anders nutzen können. Ja, gut. Ich mache weiter. Ich denke mal, man baut jetzt ein riesiges Fels-Element für die Rückseite. Da bin ich mal stark gespannt, wie groß das Teil wird. Und dann schauen wir mal, was der nächste Bauschritt bringt. Ich bin jetzt bei Bauschritt 219. Ja, für alle, die das Set haben möchten, es ist bei Brubricks leider ausverkauft. Das Ding war wo innerhalb von anderthalb Tag weg. Einige von euch hatten ja, oder viele von euch hatten in den Kommentaren im ersten Video ja geschrieben, dass ihr leer ausgegangen seid. Das tut mir auch echt leid für alle, weil es ist ein echt schönes Set. Ich hoffe, es kommt schnell wieder, dass alle, die es nicht bekommen haben, da schnell zuschlagen können. Aber es ist schon ein bisschen ärgerlich, dass da die Verfügbarkeit bei Brubricks wirklich immer so gering ist. Ich würde gerne mal die Stückzahlen wissen, die da wirklich angekommen sind. Und wie viele Leute da bestellen und wie viele da wirklich auf Lager sind, das würde mich mal echt interessieren. Mal wieder ein kurzes Update. Ich bin jetzt in der nächsten Felswand. Man verballert wieder massenhaft Steine. Und die sind wirklich echt, das ist wirklich schwer. Das ist so ein Klotz. Und was mir gerade leider negativ aufgefallen ist, ich musste den, ich hatte ihn Gott sei Dank, aus meinem Fundus nehmen, weil den hatte ich, glaube ich, von einem Zing Baoset noch von so einem Panzer oder so über. Aber, ja, es fehlt leider einer. Und es fehlte mir auch ein, ja, Basisstein, so ein 2x4, fehlte mir auch. Also da leider nicht ganz so positiv, was das angeht, dass wirklich zwei so eine großen Steine fehlen. Also fehlt mal so ein kleiner Einer, kann ich damit ja noch leben. Aber zwei so massiv große Steine finde ich dann schon schade, muss ich sagen. Weil gerade wer das nicht liegen hat, bekommt dann ernsthaft Probleme, da weiterzubauen. Joa, das ist der momentane Bauschritt. Es ist immer noch absolut genial zu bauen. Macht höllisch Spaß. Was ich sehr cool finde, ist, man baut hier anscheinend einen kleinen Hintereingang. Das finde ich sehr, sehr nice. Bin ich mal gespannt. So, das nächste Felselement ist fertig. Das sieht ziemlich cool aus, muss ich echt sagen. Und hier hat man einen Weg durch in die Küche. Ich versuche da mal kurz die Tür einzustupsen. Moment. So, und dann kann man da so ein bisschen durchgucken in die Küche rein. Das ist ziemlich genial. Das Felsen-Element hier, das hat ganz schön Zeit in Anspruch genommen. Das war bisher das Größte. Aber ich glaube, jetzt bin ich auch im Großen und Ganzen mit diesen riesigen Felsen-Elementen durch. Aber das hat eine Zeit lang gedauert. Aber es passt alles wunderbar. Qualität weiterhin toll. Bisher absolut nichts zu bemängeln. So, ich habe wieder den ganzen Teil geschafft. Das Set wird wirklich immer cooler. Ich meine, guckt euch diese Tür an. Das ist mega genial. Auch das Fenster hier unten, was man baut. Die Außenverzierung. Das ist schon alles echt nett gestaltet. Mit innen drin die Wandfliesen, die da Blumen ergeben. Das ist schon ziemlich cool. Da drin haben wir auch nochmal einen Kamin. Ein geniales Set. Macht wirklich mega viel Spaß. Da kann man absolut nicht meckern. Ich frage mich immer noch, was hier nachher reinkommt, weil hier immer noch ein Loch ist. Aber das werden wir dann sehen, wenn es fertig ist. Ja, schönes Set. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist wirklich toll. Macht Spaß. Die Steine. Ich hatte jetzt, glaube ich, einen einzigen Stein, der von der Klemmkraft her irgendwie unter einer Plate ein bisschen schlechter gehalten hat. Ansonsten sind alle Steine wirklich bisher in Top-Qualität. Also da kann man echt nichts sagen. Das sieht wirklich schick aus. Hier an der Seite war auch noch ein kleines Fenster. Aber das zeige ich euch im Review alles nochmal genauer. Das Set werde ich jetzt halt fertigstellen. Dann seht ihr den kompletten Aufbau. Und dann kommt im dritten Teil einmal ein Review. Und dann stellen wir das Ding auch unten auf meinen Berg und gucken mal, wie das Ganze aussieht. So, das muss ich auch einmal zeigen, weil es wirklich so genial ist. Ich meine, guckt euch mal dieses richtig coole Bett an. Das sieht echt mega gut aus. Richtig schönes Teil. Also wenn das so weiter geht, dann wird das wahrscheinlich jetzt schon mein Lieblingsset des Jahres. Das ist mal echt gelungen. Gut, soweit bin ich jetzt. Diese ganze Innausstattung ist echt super schick von der Gestaltung her. Da hat man auch noch so einen komischen, ich weiß gar nicht, was ist das ein Kaminschacht oder irgendwas. Ziemlich cool. Was mir besonders gefällt, ist wie leicht man die modularen Teile abnehmen kann. Man guckt euch das mal an. Das ist alles mit Fliesen gemacht. Man setzt es da einfach rein und ganz einfach verschwindet das mit einer Hand gesteuert da drin. Das ist wirklich echt cool gemacht, muss man wirklich sagen. Ja, sieht schick aus. Habe ich ja schon mehrfach erwähnt. Ging jetzt doch relativ zügig. Und dann sind wir fast am Ende angekommen. Das ist das Dach. Das sieht auch richtig gut aus. Baut sich auch gut. Also man kann gut drauf drücken und aufbauen. Das funktioniert alles wunderbar. Da hat man noch so eine kleine Ebene drin. Ob man die jetzt wirklich braucht? Naja, ich denke nicht. Aber das sieht alles in allem sehr, sehr gut aus. Eine kleine bautechnische Katastrophe habe ich dann doch noch gefunden. Das ist der Brunnen. Der baut sich wirklich richtig mies. Also der ist von der Konstruktion her eine echte Katastrophe. Er sieht ganz gut aus, aber bauen macht keinen Spaß. Der ist mir gerade, glaube ich, dreimal in den Händen kaputt gebrochen. Das ist keine Freude. Gott sei Dank ist der Rest des Sets wirklich entschädigend. Also der Brunnen jetzt zum Ende. Das war wirklich einmal Frust pur. Den Teil habe ich jetzt auch fertig. Da oben diese kleine Holzhütte ist wirklich der schwierigste Part an diesem ganzen Ding. Das war ein bisschen tricky, aber ich will jetzt auch nicht allzu viel zeigen, weil das kommt dann alles im Review Video. Da sehen wir uns das ganze Ding dann mal komplett an. Es sind jetzt nur noch ganz, ganz wenig Steine hier. Das seht ihr hier auf dem Tisch. Da ist nicht mehr viel da. Das wird jetzt hauptsächlich die Tanne, die da hinten noch dran kommt. Aber die zeige ich euch dann im nächsten Video. Und ja, hier bin ich jetzt erstmal durch mit dem Bau. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Gerne auch einen Kommentar. Ja, gerne ein Abo. Das würde mich sehr freuen. Die Noppensteinstube sagt Tschüss.